Herzlich willkommen in der Senfmülle Schlemin. Mein Name ist Michael Kostros und ich wohne und arbeite hier mit meiner Frau Yvonne zusammen. Wir stellen hier seit zwölf Jahren 29 verschiedene Sorten Senf her und auch verschiedene Sorten Essige, Sirup und Chilisoßen. Dazu kommt auch noch eine kleine Auswahl an Nusscremes. Ja, angefangen hat das Ganze hier in einer kleinen Garage mit einer Schnapsidee mehr oder weniger. Wir haben uns gedacht, wir stellen hier Produkte her, die man zwar im Supermarkt kaufen kann, aber trotzdem stellen wir sie doch anders her und zwar mit regionalen Produkten. Das Besondere an unseren Produkten ist die Herstellung mit der Steinmühle. Da können wir das sogenannte Nassmal- und Kaltmalverfahren anwenden und dadurch wird der Senf besonders schonend verarbeitet. Bei dem Senf ist es so, dass der, der hier aus der Region kommt, der wächst aktuell in Wustrow auf dem Fischland und der wird jetzt demnächst geerntet und dann kommt er hier direkt aus der Gegend. Und bei unseren Fruchtsenfen ist es so, dass wir da auch sehr viele Früchte aus der Region verwenden, wie zum Beispiel Quitten, Pflaumen, Äpfel oder Birnen, die direkt hier vor Ort wachsen. Ja, alle unsere Produkte werden hier vor Ort hergestellt und wenn Sie möchten, können Sie vom Hofladen aus zuschauen, wie wir da arbeiten. Unsere Produkte werden hauptsächlich auf den Märkten in der Region verkauft, jetzt aber seit zwei Monaten auch im E-Center Warnopark. Da wir ja regionale Produkte herstellen, ist es wichtig, dass das auch in der Region ankommt und deshalb ist es auch schön, in den größeren Supermärkten vertreten zu sein. Gerne lade ich das Team vom Warnopark und auch unsere Kunden gerne ein, hier in der Senfmühle an einer Führung teilzunehmen und sich in unserem Hofladen auch mal umzuschauen.